hat er immer wütend geknurrt. Zweimal hat er mich gebissen. Beim dritten Mal bin ich ausgezogen. Ob der letzte Biss vom Budel oder der Budelbesitzerin war, wird gerichtlich geklärt. Es gibt ein Meerwunder, das zum Teil einem Schwein gleicht und 1537 gesehen wurde. Mir hat einmal ein schwarzes Meerschweinchen gehört, das von einem bayerischen Dackel zu Tode gebissen wurde. Das Meerschweinchen und der Dackel haben den gleichen Namen gehabt. So weit kann Eitelkeit führen. Es war einmal eine Forelle, die schon tot war, bevor ich sie gekannt habe. Sie ist gut sichtbar im Fließwasser gelegen, von mir geborgen und nicht wiederbelebt worden. Um einen kleinen Betrag habe ich die Forelle meiner Großmutter verkauft, die keine zwei Stunden später die Forelle gut gewürzt, gegessen hat. Die Großmutter hat geschmatzt und ist erst 14 Jahre danach gestorben. Es war einmal ein Wasserläufer, der auf dem Wasser gut laufen konnte und ein Weberknecht, der auf jeder feuchten Mauer gut ruhen konnte. Die beiden sind an ihrer Liebe erstickt und ertrunken. Ein Fisch, den die Deutschen Rochen nennen, hat eine sonderbare Liebe zum Menschen. wissen, dass er das